Weltkarte, und das wird auch wieder hier am Pult gespielt. Folgendes passiert, ich zeige euch gleich immer einen Ausschnitt der Weltkarte mit einer geografischen Frage dazu. Es geht um Inseln, Städte, Länder, Flüsse oder Berge. Ihr habt jeweils drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, von denen genau eine einzige stimmt. Jeder beantwortet von euch beiden die Frage innerhalb von 30 Sekunden für sich an dem Monitor. Bei einer richtigen Antwort bekommt ihr einen Punkt. Nur bei einer richtigen, nicht bei einer falschen, dass der Gegner den Punkt bekommt. Bei der falschen bekommt der Gegner den Punkt. Nein, nur bei einer richtigen Antwort gibt es Punkte, nicht bei einer falschen für den Gegner. Wir machen ein Beispiel. Wer als erster von euch beiden sechs Punkte erspielt hat, gewinnt Spiel Nr. 7. Wir machen ein Beispiel. Hier seht ihr unsere schöne Welt. Und wir fliegen los und es geht für uns in Richtung der Balearen. Und wir suchen den Namen dieser eingefärbten Insel. Ist es Mallorca, Menorca oder Ibiza? Gebt eure Antwort bitte ein und dann mit OK bestätigen. Alles klar. Ja? Ihr habt beide eingeloggt. Ihr habt beide gesagt, das was wir da sehen, das ist Mallorca und ihr hättet beide recht gehabt. Es wäre Mallorca gewesen. Das war aber nur ein Beispiel. Aber ihr habt es verstanden. Jeder von euch hätte den Punkt bekommen. Gut. Wollen wir loslegen? Das bleibt immer grün alles. Wie? Das bleibt immer grün. Die Weltkarte bleibt grün. Es gibt nur einige Fragen. Du fährst jetzt irgendwo in Russland mitten auf den Ort und dann habe ich alles grün. Und dann muss ich sagen, was das ist oder wie? Genau. Die Stadt, das Bergmassiv, der Fluss, das Land leuchtet dann rot auf und ich frage euch dann, was seht ihr da? Und manchmal geben wir euch noch einen kleinen Umriss, dass ihr genauer wisst, was wo liegt. Wir starten jetzt einfach. Blendet euch das? Wenn ich hinstelle, dann geht es. Ich stelle mich drüber. Stellt euch beide hin. Spiel 7 heißt Weltkarte. 30 Sekunden, ne? 30 Sekunden macht die Zeit für eure Antwort. Es geht um 6 Punkte, dann kann man dieses Spiel gewinnen. Und insgesamt bekommt man 7 für sein Konto. Das ist die Weltkarte. Und wir zoomen rein und es geht zu den Kanarischen Inseln. Und gesucht ist eine Insel, die jetzt aufleuchtet. Welche ist das? Ist es Teneriffa, Gran Canaria oder Lanzarote? Ihr habt beide eingeloggt. Ihr sagt beide, es ist Teneriffa. Und wir lösen auf, ob ihr beide recht habt. Es stimmt. Ihr bekommt beide einen Punkt. Eins zu eins. Und hier sehen wir wieder unsere Weltkarte. Und wir fliegen zum Balkan. Und dort suchen wir eine Stadt. Da liegt sie. Der rote Punkt. Ist es? Belgrad, Sarajevo oder Zagreb? Wir haben wieder 30 Sekunden Zeit, um eure Antworten einzutippen. Wir haben beide eingeloggt. Ihr sagt beide, es ist Sarajevo. Und wir schauen mal, ob ihr rechts habt. Das stimmt. Wieder ein Punkt für dich, Peter. Und auch für dich, Stefan. Damit 2 zu 2. Achso, ich stehe. 2 zu 2. Und wir fliegen wieder los. Hier ist die Weltkarte. Es geht nach Mittelamerika. Und diesmal suchen wir ein Land. Da liegt es. Rot. Ausgefüllt. Und wir wollen von euch wissen. Ist es? El Salvador, Costa Rica oder Guatemala? Peter hat eingeloggt. Und auch Stefan. Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, beide wieder das Gleiche. Wie gesagt, beide, es ist Costa Rica. Das wäre der dritte Punkt für Peter und auch für Stefan. Wir schauen mal, ob es richtig ist. Stimmt. Das wäre der dritte Punkt für die Weltkarte. 3 zu 3. Und wir machen weiter. Die Weltkarte. Und wir fliegen nach Frankreich. Und wir suchen eine Stadt. Da seht ihr sie. Ist es? Nantes, Bordeaux oder Rennes? Denkt an eure Zeit. Stefan hat seine Antwort abgegeben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich aber auch getäuschen haben. Peter ebenfalls. Wie gesagt, beide Nantes. Und wir lesen auf, ob es Nantes ist, Bordeaux oder Rennes. Und es ist Nantes. Wieder haben beide recht. Wieder gibt es einen Punkt für Peter und für Stefan. 4 zu 4. Hier ist die Weltkarte. Und wir machen uns noch einmal mit unserem Schlag den Raab Helikopter auf den Weg. Es geht in die USA. Genauer gesagt nach Texas. Wir geben euch einmal die Fläche von Texas vor, in der wir eine Stadt suchen. Und die liegt dort, wo der rote Punkt aufgetaucht ist. Handelt es sich dabei um San Antonio, Houston oder Dallas? Wir haben noch unter 10 Sekunden Zeit. Noch 5. Stefan hat abgegeben. Ebenfalls Peter. Und zum 1. Mal habt ihr unterschiedliche Antworten eingetippt. Stefan sagt San Antonio. Peter sagt Dallas. Und richtig ist... Dallas. Punkt für Peter. Damit steht es 5 zu 4. Peter, 6 Punkte brauchst du, um dieses Spiel zu gewinnen. Achso, echt? Oh Gott. Okay. Nicht, dass ich es am Anfang schon mal gesagt habe. Wir machen weiter. Weltkarte. Es geht los. Und zwar nach Osteuropa. Gesucht ist ein Fluss. Da seht ihr ihn. Und wir wollen von euch wissen. Ist es die Weichsel, der Ural oder die Volga? Peter hat seinen Tipp abgegeben. Sollte der richtig sein, hätte er das Spiel gewonnen. Wenn er falsch ist, der Tipp. Ich könnte Stefan ausgleichen. Ihr sagt beide Volga. Für Stefan wäre es der fünfte Punkt. Für Peter der entscheidende sechste. Und wir wollen mal schauen, ob ihr beide recht habt. Dann lasst was anderes rein. Und es ist... Die Weiche. Ich möchte der Applaus mit der sechste Punkt. Für Peter. Nicht schlecht. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand einmal an. Schon wieder ein Führungswechsel. 16 zu 12 für Peter. Danke.